ja hei willkommen mein name ist dann ihre lp und ich begrüße euch zurück zu let's play king am a2 final mix letzten folge haben wir die weisen form ein bisschen hochgelevelt und danach in port royal lachs sehen fertig gemacht ja und wir haben jetzt hier wie auswahl zwischen zwei welten akaba und halloween town helloween town 41 aber 40 mix es hier war da ein so ein paar hat ja nicht schon wieder so nennen ich glaube in jedem hat bisher gemacht den ersten part wenn ich nochmals als man die welt ja viel länger wo ich glaube hier wird auch ein bisschen länger dauern bis wir fertig sind die kammer auch gott dort finde das schon mal geil an ist ja auch eine gott und sogar diese werte meine ich übrigens die was kaputt heißt es zahlen wo meine freunde sie an du hast ja beinahe sieht ja beinahe aus wie eine raubeihöhle ich muss doch bitten ich bin ein ehrlicher trödler was sie hier sehen ist nur lohnt für meine harte arbeit können sich wirklich sehen lassen und steht alles zum verkauft interessiert nein danke sagt habt ihr sich vielleicht ein kleiner schwarzer code gesehen die hat von der organisation 13 wer ich ganz sicherlich da werden wir wollen das fragen mein gott wir haben die erinnerungen vor größen waren sie nicht weil da waren es sehen die gar nicht vorkamen im ersten teil das besser gut auf mich auf wie sie sich aber wieder übernehmen aber ich weiß auch dass er rache an uns nehmen will ich hätte er wird noch wichtig böse sein wegen der ganzen sache mit der lampe ja wobei der bayern schaff frei gekommen ist also los jago aus mit der sprache hey ich habe schon alles gesagt was ich weiß es ist deine erste und letzte chance jago wenn ich später herausfinden dass du gelogen etwas von unserer von uns verborgen hast am wasser ist dann spreche ich nie wieder ein wort mit dir ich halte das ich weiß ich weiß wo ich meine also ich hatte vielleicht doch nicht ja wo es in ruinen im sand das ist ja sehr genau wir müssen zuvorkommen du zeigst uns den weg er ist irgendwo im sand geil sind für den beschissen wo ich auch war irgendwo da draußen okay geil so jaha schild kennt ihr den noch hey jetzt gebrauchen können danke haben wir keine einzigen von denen alle formeln abgegeben aber nicht herstellen der königswache schocker modell der satz von links mal an watia verlangt wird das ist doch barbarisch so ein ungutes gefühl deswegen mach mal sofort den ja acht mal 1 2 3 3 quatsch bei mp plus bekommen genau wir machen jetzt mal so war voll billig aber hallo na also ich mir jetzt nicht zweimal sagen wird hier echt angeboten zu leveln mache ich halt auch verdammt warum heißt das so weil sie heißt aus tipps die ganz fähigkeit jetzt zurück und machen das noch mal du kannst mich war geweck weil das macht gar keinen sinn ich bin nur alleine warum verwandle ich mich zurück dreimal geil ist das geil weil ich habe jetzt letztens herauskommen wie vorlaut ein bisschen abjusen kann jetzt kommt sowas hier nein du hast mich abgeworfen wie kannst du es eigentlich wagen noch mal nicht was sie treffen ehrlich ja ich mache das jetzt so er kann mir nicht aufhalten weil ich weiß nicht was für fähigkeiten noch bekomme wenn sie sich vielleicht lohnen blecklicher glücksbild oder irgend so was wer mehr als wohns wert einmal noch wird rufen werde ich dann natürlich ausgehen hoch leveln warum leistung glück kann da kommt sogar tatsächlich statt wir müssen zur wüste aber ja ich kann nicht denkst machen in der form rache schlitzer immer hat heißt man vier drückt wenn man zurückgeschlagen wird der glücksbus das war es auf jeden fall wert ich bin ist das ist ich bin wie ein du 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 Donald's Goofy You know, one lousy sandstorm, it's just too easy Oh, my film was so depressive Wow How about giving me a challenge next time, Al? Okay, genau, Andy, was soll hat, weil ich bin alle mit vorm, okay, ich möchte aber glücks muss haben Oh Gott, ich glaub da schluck ich mal ein paar dinger wenn ich mir auch leisten kann ausgezeichnet, und zack, das ist die drop chance erhöht Ja, das kriege ich all die ultimativen waffen von meinen gegnern mit sonderlose wäre Ja, ich bin zurückverwandelt Ja, wie gut, dass alle immer so genau am richtigen Zeitpunkt gerade auftauchen Hi Ich sehe bewegendes wasser, das ist glaub ich nicht gut nur aber aber klar steuern wie so die bessere steuerung als im ding ist in agrabanen atlantica wir müssen den folgen kann ich ja eigentlich rufen er muss meine gefährten für opfern apse durch ja ich habe prügel ich mit deinen freunden voll brutal jetzt wo ich darüber nachdenke ich glaube so lange ist die welt eigentlich doch nicht ich habe es eine silhouette soja also übrigens nicht was passiert wenn man ihn zaubern lässt aber ich muss auch nicht herausfinden wahrscheinlich dann direkt game over noch so ein ding da gibt gummi also muss sogar auf den aufkloppen ein lächerlichen kleinen ratten ich habe was gegen ratten dankeschön der gasort aufmacht okay weg bei vor allem durch gerast ja oh mein gott war geht weg sind wir eigentlich so schnell hallo 3 wie sie alle erzeugen nach ne dafür muss ja also todes streicheln das war einfach online ich war den eisdappen zurück geschossen sehr gut das hat für einen angriff den ich da mache so komisch aus online ich werde als dp das tat also der zweite war das situations kommando ich habe mich schon gefragt habe ich zweimal ist eingesetzt ok für die stimmgabe irgendwie so aus ja merken 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 ich weiß wo die sich befinden also dazu weiß total wo die alle sind ich weiß wenn ich jetzt aber überhaupt nicht am umschauen blöder kreis lang und man hat meine noch zwei schalter da muss einfach die richtige magia da einsetzen dann geht das schon wieder um einen level ab ab und sagt schadenskontrolle habe ich schon noch mehr nein nicht ihr alter da denke ich habe doch gerade gesehen da ist ein ding da ist ein ding ding da brauchst du jetzt kein ding der dritte war auf eis wo ist eine eis man da wo geht weg da ich wegen euch hier vermattelt als eure schuld ja alles gut du kannst noch mal schießen da darf ich meine ruhe haben hier teppich soll ich dabei umdreht ja vorhin auch im richtigen moment man gibt doch nicht spiel also was du bist lügen tust du jetzt kannst du ein war jetzt weg ich hatte irgendwie voll akku hat die mich ohne probleme verfolgen können wir so 120.000 km pro stunde die lichtgeschwindigkeit gefühl steckt ok schadenskontrolle bitte halbiert den entscheidenden kritischen momenten ja die effekte fünf die dinger werden immer besser schadensbegrenzung ok naja wird schwierig tonado kann weg eigentlich dann halten wir uns glaube ich habe gar nicht so viele doch genau richtig so spielbar king genauer als da spielt man king double hearts jetzt soll nämlich erstmal ihr tod kriegen ich auch hätte ich auch im letzten kampf gemacht verdammt aber hier eine karte jo und irgendwer anderes verlorene seite ja ja da muss ich auch noch hin ich schon daran denken wo ich vor freude kotzen ja doch ja 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 wir wir das weg ja Jaffar! Du musst verstehen, es war nicht meine Idee! Es war Jaffar, er hat mich gebracht. Du kennst ihn nicht wie ich ihn. Er kann sehr überzeugt sein. Er hat gesagt, wenn ich nicht cooperatein war, er hätte... Wo ist er? Komm mal, Al, du musst mich entschuldigen. Wo ist Jaffar? Na genau jetzt, er ist wahrscheinlich entdeckend in der Palace. Ich hatte keine Wahl. Seine Augen fühlen sich so schrecklich und lustig. Whatever. Iago, du solltest du deinem Freund sein sein. Aber du bist auf beide Seiten, um sicherzustellen, dass du dich selbst schaffst. Ich wusste, du wirst du wunderschön. Entschuldigung! Was? Das Ding war noch nie im Leben so schwer. Let's go! Ich geh auf den Teppich und ihr nicht. Was? Was? Ich habe ein kleines mini-Spiel. Was eigentlich voll einfach ist. Eigentlich ist es einfach. Ich kann mich ja nicht rein, das könnte ein Problem sein. muss noch eine komo machen zum glück einfachen erfahrungspunkte weiß nicht wie man diese alubank oder büller beim verleihen kaputt kriegt und irgendein gegner abschießen habe ich das für ich habe ich noch nie geschafft da verdammt schon wieder die stehen einfach da jetzt super wenn es nur überleben da verarschen war ganz wenig käme nicht nur verarschen ich kriege auch noch tschüss und manche ob da gewartet konnte ich nicht einfach wegfliegen soll der scheiß geschafft der war jetzt unnötig aber okay auf so ein paar lust weil da ist ja fahr jetzt im rest kopf und du hast du der kein problem ich wollte mal stecken jetzt gerade tränen augen und kratzende helse 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 aber ich mache weiter ich bin krieger wenn wir vorhin den finger gestoßen hat nur 20 minuten lang geweint okay so far komm her Das war's. Ah, right about now, your precious Aladdin is whispering your name, with his last breath. Hm? What was that you were saying, Jafar? You dare defy me, you useless bird! Ow! Oh, no! I'm joining him, by the show. Ich hab mich genug ausgeholt, jetzt kann ich wieder fliegen. Okay. Geben wir in den Kampf eines epischen Ausmaßes. Aber er ist echt größenwahnsinnig. Wir haben das grünste Mal an sich. Haben wir ihn doch richtig in Erinnerung gehabt. Aber ja, ich ziehe ich aus den Wolken. Ich ziehe deine nicht vorhandenen Schuhe aus. Das ist glaube ich auch ein sehr einfacher Kampf. Au! Au! Du kannst es, kannst du es wagen mit Gebäuden nach mir zu werfen. Das ist ein bisschen übertrieben. Der einzige andere Boss, der macht King of Mars, kommt erst viel später vor. richtig nervig ist es glaube ich, wird überall Blitze und so kommen. Wenn man versucht ihn anzugreifen. lässt sich ja so kaputt haben also soll den zopf ab ich habe sie voll aus der mode wo ich eigentlich selber ein trage war daneben wenn ich das ding zu machen es ist ja einfach ich habe ein bisschen schwieriger ja man kann nicht mehr an den rand oder okay ich habe das erste mal im leben das hier ohne schaden durchbekommen bin haben wir noch mal arbeit gibt es ja schon mal versuchen zu treffen lange auf dort zu lange macht auch der blocken ich war toll ja hatte kommen her ich habe nicht getroffen nein aber wir machen jetzt schon wieder da war er tanzt mit mir in elters kohls mein karakter das blöde dafür zu lange aber jetzt kommt dadurch meinem mp ich drehe oben noch ein bisschen däumchen exter gegner naja naja gott für die feiernd freilich nein ich habe ja schwachsinnig danke du nutzt aber tut noch nicht zeit fressen ah 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 mein kopf ich habe ein haus gegen die beende bekommen mein gott schon krasse voraussetzungen macht hier heute das ist eine pirouette oder einfach gleich viel abgezogen auf einmal euer element folga ja für die respektive sehr gut wenn man auch geschafft aber ich habe die deutsche version besser in dem film etwa verhalten nicht die schnauze die schnauze Er ist still in your lab. Wer wird die Agrabah fixieren? Oh, ja! Eine Superduber spruziert-up Agrabah! Kommt sofort auf! Du wirst sogar nicht erkennen, wenn ich mit ihm bin. Just wie es war, bitte. Really? Same olde, same olde? Okay. Oh, ja! Eine Autobahn und so, ne? Äh, 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 ja. Jetzt brauche ich da eigentlich keine mehr. Ah, naja. Für die Drive-Kugeln, den ich halt gebrauchen können wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, Agrabah ist jetzt gut. Ja. Danke, Leute. Hey, du behältst dir selbst. Entschuldigt? Ja, definitiv. Nicht mehr schauen nach Nummer 1. Ich bin reformiert. Ich will ein guter Freund wie Genie sein, aber ich kann nichts tun, das dir helfen kann. Welcher Freund ist das? Oh, nein. Oh, das ist nicht so, Iago. Freunde müssen keine Dinge tun. So lange, als wir Spaß haben, zusammen zusammen, ist das alles, was wichtig ist. Also, was machen ihr euch für Spaß? Wir machen das. Äh, das ist nicht ganz, was ich meine. Also, irgendwie... Oh, mein Bein! Gorscht, Iago. Ich hoffe, dass du dich nicht verholt hast. Well, äh, äh, zumindest kann ich noch fliegen. Oh, mein Bein. Oh, mein Bein, ich bin jetzt auf. Oh, mein Bein! Oh, mein Bein! Lass mich eine Freude oder was. Alles ist gut, wenn du hier bist. Du bist dann weg! Genie? Aber ich kann nicht mehr halten. Ja, ha! Ja, ha! Ha, ha, ha! Oh, das ist gut! Ha, 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 ha! Sora, Donald, Goofy, Sie sind zu viel. Sie sind zu viel. Sie sind in der Zeit. Ich bin jetzt noch etwas mehr. Kosmik, rissle, rissle! Gib mir einen Schau, okay? Ja, ja, ich will! Well, du hast es wieder getan, Sora. Lass uns nicht vergessen, okay? Ich will nicht. Und, Sora, über den Freund von dir, den du für dich achst? Du findest ihn. Trust mir. Ich kann mitten aus dem Nichts auf einmal. Sie werden alle depressiv. Aga war abgeschlossen. Yay. Gut. Dann war es auch wieder für diese Folge außer Chip und Chef haben noch irgendwas zu sagen. Oder eine Katze ihn kommt oder die Story wird weitergeführt oder was weiß ich. Haha. Ja, die nächste wird jetzt nicht geöffnet. Gut, dann kann ich ein paar die erwenden und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Let's play. Okay, nochmal zwei Final Max. Ich bedanke mich alle herzlich zu schauen und sagt tschüss. Bis zur nächsten Folge.